Hallo, ich bin die Patricia Nägeler und spiele am 21. September um 18.45 Uhr in der Hofburg das Genesse Startup-Konzert vor dem Vivid-Konsort. Ich habe mich am Vivid-Konsort orientiert und dadurch alte Musik gewählt und aber innerhalb der alten Musik möglichst viel Abwechslung reingebracht. Das klingt jetzt wirklich irgendwie unromantisch, aber ich habe es einfach nicht aufgehört, weil es mir Spaß machte. Ja, das war mit sieben Jahren beim Abschlusskonzert meiner Musikschule. Da habe ich mit meiner damaligen besten Freundin ein Duett gespielt, in dem der erste Teil wiederholt werden sollte. Und wir waren uns aber nicht so einig, ob wir jetzt diese Wiederholung schon gespielt haben oder nicht. Und jeder hat zuerst das Du sein Ding weitergemacht, bis wir dann irgendwie ein bisschen zu streiten begannen und man das Ganze beenden musste. Es gibt sogar ein Video davon. Ich bin eine sehr fröhliche Person und meistens positiv gestimmte Person, also es wäre auf jeden Fall irgendwie ein Du-Klang. Ja, aber ich glaube nur irgendwo innerhalb des Konservatoriums oder so. Also es war keine dramatische Polizeistory oder so. Eigentlich möchte ich so viele Konzerte wie möglich spielen können in Kammermusikbesetzung, Ensemble, aber auch solistisch. Und natürlich möchte ich auch daneben unterrichten. Wir sehen uns in der Wurfruhe. What Fröhliche Bistet Bistet